Bei GZSZ geht Katrin die Zusammenarbeit mit Carlos gegen den Strich. Wie wird es weitergehen? 19.40 Uhr, RTL. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jessica erfährt, dass sie einem bekannten Influencer erste Hilfe geleistet hat. Als ein kleiner Artikel über ihre Rettungsaktionen im Morgenecho veröffentlicht werden soll, ist sie hin- und hergerissen. Katrin ist unzufrieden mit der Zusammenarbeit mit Carlos und würde ihn am liebsten sofort bei WL entlassen. Wird sie auf bewährte Methoden zurückgreifen? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. GZSZ ist eine der beliebtesten deutschen Seifenopern und läuft seit 1992 erfolgreich im deutschen Fernsehen. Die Serie spielt in Berlin und erzählt die Geschichten einer vielfältigen Gruppe von Charakteren. Die sich mit den Herausforderungen des Alltags, Liebe, Freundschaft und Intrigen auseinandersetzen. Mit über 7500 Episoden ist GZSZ eine der am längsten laufenden deutschen TV-Serien. Die Serie hat zahlreiche Schauspielkarrieren gestartet und bleibt ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens, wobei sie ständig neue Generationen von Zuschauern anzieht. Folge verpasst? Auf RTL Plus können Sie GZSZ auch nach TV-Ausstrahlung verfolgen.